Ich dachte echt, dass der, dass Athen da ein bisschen Knicknack macht. Warte, hier habe ich, uh, da habe ich mich verbaut. Warte mal. Der geht weg. Ähm, ich brauche hier auf jeden Fall was zum Einheitenrekrutieren. Was hat der denn da? Germanische Jugendliche sind halt sehr, sehr starke Einheiten. Also die, die machen sehr viel Schaden. Sechs Runden. Kapitulation 0. Okay, die Kapitel kontrollieren auch gleich. Okay, 86. Das ist in Ordnung. Warte ist in Ordnung. Okay. So, da gehe ich jetzt da rein. Der ist schon 54, beziehungsweise nur 54 und hat halt so viel schon erreicht. Der gute, der alte, der knackige, der alte Knabe. So. Hm. Ja, viel, viel kann er eigentlich nicht mehr machen. Na komm. Für Tod und Ehre! Äh, 70, 77. Dann greife ich mal an. Also dafür, dass es so aussah, als wäre es mitten im Wald, ist es ziemlich frei vom Wald. Gut. Jetzt, äh, ich habe ein bisschen was zu trinken mit Kohlensäure und das, äh, warte. Ich tue es mal woanders hin. Sonst hört man das mal die ganze Zeit. Ja, mit dem Wald. Schau rüber. Zwei Bäume. Hm. Ganz genau. Gut. Hier zwei. Hier eine. Hier vier. Hier. 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 Hier zwei. Hier alle. Hier. 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 Oh, keine Ahnung. Ich hatte die ganze Zeit Quatsch und niemand hört ihnen zu. Warte, ich stelle mich erst mal hier vor. Ne, das waren die falschen. Entschuldigung. Kommando zurück, zurück. Ihr stellt euch mal so hin. So, wie gesagt, bei solchen Gefechten immer schön auf die Mauer gehen. So. Warte mal. Dankeschön. So, ihr bitte auch. Also, hier dieses da. Hier dieses da. Und hier dieses da. Und hier dieses da. So. Bitte schnell. Ihr werdet beschossen. Falls es euch nicht auffällt. Ähm. Randschutz. Schutz. Und sicher kann ich das sogar hier selbst machen. So. Wirklich ganz geil. Mach ich. Uh. Das sieht schon geil aus. Mach ich hier so eine fette Schneise. Alter, wie schnell das geht. Uiuiuiui. Uiuiui. Alter, das geht ja krass schnell. Feuer! Wir warten eure Befehle. Das ist doch der Typ. Ja, Kommandant. Komm rein. Wir sehen uns das mal. Maske! warte die mauern sind durchbrachen brennerschuss braucht ihr jetzt nicht mehr bitte normal sehr schön sehr schön sehr schön kalt sich ein kleines und auch nicht schlecht unser general wird angegriffen ach ein schmahn wird angegriffen wir haben einen turm eingenommen wunderbar es ist wie keine ahnung wie hacking seinen eigenen türme schießen auf ihn selbst so das war's wir haben einen turm eingenommen wir haben einen turm eingenommen die bogenschützen ne die sind on fire wir haben einen turm eingenommen gut das ist die hauptsache gut das war's das ist 4640 verluste und er hat 400 von mir getötet das ist schon krass 220 durch die türme und ich habe die türme eigentlich sehr krass geruscht also die waren eigentlich sehr schnell weg gut dann bin ich fertig denke ich mal es gibt eine zeit wenn krieger ihr schwert in die scheide stecken und so das ist mein volk i'm sorry oh nicht schon wieder da eh ja mei jetzt machen die eigentlich erst die soeben da unten ach die sind die sind da drüben gewesen ach ich bitte euch zieht das schwert des ares und greift dieses volk apulia es bedroht uns alle ach da drüben ja mei dann ähm hole ich mir eine neue armee mit sowieso langsam Zeit sooo numidische kavalarium kaffee kaffee jetzt wieder am fluss es ist nacht es regnet so und ich habe die schlechte fern schlechte fernkörper das ist natürlich nicht so gut so das ist natürlich nicht so sonderlich gut dann mache ich hier drei hier so aber die ja die gladiatorinnen die kommen hier drüben ja stopp 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 das ist hier doof da war ich jetzt zu langsam da war ich jetzt zu langsam da war ich jetzt zu langsam ja das gleich direkt um der 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 Unser General wird angegriffen. Was machst du da? Ach du Idiot. Okay, hier geht es ganz gut. Das sind halt sehr viele. Okay, das ist schon mal gut. Ne, okay brauchst du mich, dann machst du die Zeit. Gut, also hier habe ich alles im Griff. Die zwei können hier rüberkommen. Wir erreichen jetzt die einen. Gut. Okay, die gehen jetzt hier hin. Ich glaube, ich hatte noch viel. Ich lasse mal einen hier. Steinschleuderer. Gut, aber ich denke, das passt jetzt. Also meine Einheiten haben genug Rüstung, um das auszuhalten. Hier kommt nochmal Schwerträger. Also ohne die zwei Furuten hätte ich ein bisschen größer das Problem, glaube ich. Dann würden die nicht auf so einem engen Platz hocken und sich abschießen lassen. Warte, ich stelle dir mal wieder normal auf, damit die sich nicht gegenseitig behindern. Das passiert nämlich schon ein paar Mal manchmal. Okay, hier ist einmal Adelska... ne, Infanterie. Aber ist das der Einzige jetzt noch? Hier sind wir ein bisschen mau. Hier macht jetzt schon einen richtig schönen Schaden da. Das ist gut. Die Schlacht bändet sich zu unseren Butzen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, aber der hat noch was. Irgendwo. Mit Kavallerie könnte man jetzt scouten gehen. Aber das haben wir ja nicht. Ne, der hat nicht sehr wenig. Der hat noch, glaube ich, so vier, fünf Einheiten. Ah, da kommen sie. Also eine kommen. Die wanken halt schon. Gut. Okay, die haben nicht angegriffen und fanken schon. Gut, ich gehe mal rüber. Ich gehe mal rüber. Hm. Okay, da kommen die ersten. Hm. Hm. Bisschen blöd jetzt, aber okay. Das passiert manchmal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die komplette Armee bleibt halt hier und wankt schon. Sie hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na dann, geh ich mal zum Angriff über. Na du? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, aber der kämpft wenigstens. Okay, da kämpft noch viel. Einfach komplett auf. Auf da. Wow. Gut, 550 Fluster. Ja, das ist überhaupt noch. Ich hatte auch noch. Der hat auch noch. Der hat auch noch. Ich hab ja noch mal eine. Hm? Bis zum nächsten Mal.